Musik 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 Tour's Abschied, der rückt immer näher, das heißt wir sind ganz fleißig am üben, dass das Tier in die Kiste geht, dass das so wenig Stress wie möglich hat. Das heißt, die Kiste, die steht hinten an den Kulissen bereit. Wir gehen jeden Tag mit ihm da rein. Für uns Pfleger bedeutet das natürlich schon ein schmerzhafter Abschied. Denn Thor ist was ganz Besonderes. Der ist hier bei uns geboren. Es waren einige von unserem Eismair-Team live dabei. Und er ist hier natürlich groß geworden. Fast sechs Jahre hat er hier gelebt. Und wir haben viele Sachen mit ihm mitgemacht, gute und schlechte. Und von daher hängt da natürlich sehr viel Herzblut dran. Aber wir freuen uns auch, dass er eine neue Anlage beziehen kann und da seine eigenen Mädels bekommt, mit denen er züchten kann. Also es wird so sein, dass er mit einer weiteren Walros-Dame fährt. Und zwar der Petrus aus Valencia, die ebenfalls hier ist. Die beiden sind sozusagen das Empfangskomite da für die neue Anlage. Die starten da zusammen. Die kennen sich mittlerweile auch sehr gut. Die haben sich hier sozusagen schon lieben gelernt. Und außerdem kommt ein Pfleger von uns und ein spanischer Pfleger mit dahin. Ganz viel Spielzeug und Enrichment-Sachen, die ihn natürlich dann auch, wenn er mal nicht so glücklich ist, glücklich stimmt. Und eine niegelnagelneue Anlage, die er dann erkunden kann. Also wir versuchen natürlich alles so stressfrei wie möglich für ihn zu halten. Das ist auch ganz wichtig, dass er, weil er ein sehr sensibles Tier ist, nicht mitbekommt, dass es jetzt soweit ist. Denn an Tag X soll es ja so sein wie immer. Und erst wenn das Tier in der Kiste ist, dann kommt auch der LKW und alles andere, sodass er eigentlich nicht viel davon mitbekommt. Also die Anlage, die Thor da beziehen wird, ist niegelnagelneu. Das heißt, das Wasser ist schon drin, das ist alles eingefahren. Die Technik ist drin, aber bis jetzt gibt es da noch kein Walros, was rumschwimmt. Also Thor wird das erste Walros sein, was diese Anlage betritt. Und es wird eine große Anlage, es wird Unterwassereinsichten geben. Und wir hoffen, dass eben das da sehr viel Spaß macht.